Welche Alternativen gibt es? Bei kleinen Gruppen können die Ergebnisse nacheinander präsentiert werden. Bei großen Gruppen sollten einige Beispiele exemplarisch herangezogen werden. Die Lehrkraft wirkt bei dieser Methode vor allem beratend und unterstützend. Ebenso ist es sinnvoll, Lernschritte maßvoll vorzugeben. Beispielsweise kann die Lehrkraft auf Erweiterungsinhalte oder Markierungsmethoden hinweisen. Bei der Präsentation sollte im Vorfeld ein Regelwerk festgelegt werden, um Lesbarkeit und Übersichtlichkeit sowie Vergleichbarkeit gewährleisten zu können. Ein Beispiel für solche Regeln. Erstens, die Anordnung der Mindmap erfolgt im Uhrzeigersinn. Zweitens, das Thema kommt in die Mitte. Drittens, die zentralen Aspekte stellt man in die Hauptäste. Viertens, es gibt einen deduktiven Aufbau vom Allgemeinen zum Speziellen. Fünftens, die Beschriftung erfolgt waagerecht. Sechstens, es gibt keine Sätze, nur Stichworte. Siebtens, eine farbliche Codierung hilft beim Strukturieren. Und achtens, die Verwendung von Bildern, Pfeilen, Symbolen, Verbindungslinien etc. ist ausdrücklich erwünscht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.